6,3 Millionen Rentner in Deutschland müssen Steuern zahlen. Sind Sie ab 1.7.2024 auch mit dabei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die Rentenanpassung zum 1.7.2024 ist beschlossene Sache. Die Ampelkoalition hat den entsprechenden Referentenentwurf für die entsprechende Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Arbeiten Soziales zugestimmt. Das heißt also, rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner werden zum 1.7.2024 eine Rentenanpassung in Höhe von 4,57 Prozent erhalten. Und genau diese 4,57 Prozent können ausschlaggebend dafür sein, dass auch Sie bald zu dem Kreis derjenigen gehören, Rentnerinnen und Rentner gehören, die dann an das Finanzamt Steuern zahlen müssen. Meine Damen und Herren, nach aktuellen Schätzungen des Bundesfinanzministeriums zahlen ca. 6,3 Millionen Rentner in Deutschland Einkommenssteuer auf ihre Renteneinkünfte und natürlich auch auf zusätzliche Einkünfte. Meine Damen und Herren, die Zahlen steigen jährlich an. Das ist eine ganz klare Folge der sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Das heißt also, wir werden im Jahr 2058 dann, das ist ja jetzt geändert worden, zum Rückwirkung zum 1.1.2023, dann die 100 Prozent Besteuerung der Rente haben für diejenigen, die 2058 in Rente gehen. Aber wohlgemerkt, das ist sozusagen die Rechtslage für die Rentnerinnen und Rentner, die 2058 in Rente gehen. Bei den 4,57 Prozent Rentenerhöhung ist die Rechtslage auch relativ eindeutig. Der wird eben nicht mit dem Rentensteuerfreibetrag berechnet, den Sie zu Beginn Ihrer Rente bekommen haben. Wenn Sie also zum Beispiel im Jahr 2004 eine Altersrente bekommen haben und jetzt auch noch diese Rente beziehen und Sie Gott sei Dank noch leben, dann werden die Rentenerhöhungsbeträge grundsätzlich zu 100 Prozent in die Steuerpflicht mit reingerechnet. Das heißt also, Sie müssen hier höllisch aufpassen, dass Sie nicht in die Steuerpflicht fallen. Ich kann nur jedem empfehlen, vor allen Dingen diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die Mehrfachrentenbezug haben, das heißt also eine Altersrente haben oder eine hinterbliebene Rente dazu bekommen oder eine EM-Rente und eine hinterbliebene Rente bekommen, die sollten auf jeden Fall zum 1.7.2024 prüfen, ob sie nicht gerade wegen der Erhöhung in die Steuerpflicht fallen. Das Bundesfinanzministerium schätzt, dass ca. 115.000 Menschen, Rentnerinnen und Rentner neu in die Steuerpflicht reinkommen. Hingegen durch die Erhöhung des Grundfreibetrages im Jahr 2024 auf 11.604 Euro rund 240.000 Menschen aus der Steuerpflicht rausfallen. Aber meine Damen und Herren, ob Sie auch in der Steuerpflicht drin sind oder aus der Steuerpflicht rausfallen, das kann ich natürlich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie individuell prüfen. Da gibt es hervorragende preiswerte Programme. Können Sie sich das ausrechnen oder Sie gehen zum Lohnsteuerhilfeverein und lassen sich dort einfach helfen oder Sie fragen Ihre Kinder, Angehörige, Verwandte, Freunde, die Ihnen dabei helfen können. Nehmen Sie bitte die Frage der Besteuerung nicht auf die leichte Schulter. So nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, das Finanzamt wird mich schon in Ruhe lassen. Nein, meine Damen und Herren, bei uns häufen sich die Anfragen auch zum großen Ärger derjenigen, die davon betroffen sind. Tausende von Euros Steuernachforderungen, weil Sie schlicht und ergreifend hier die entsprechenden Steuererklärungen nicht abgegeben haben und irrisch der Meinung waren, dass Sie als Rentner grundsätzlich per se keine Steuern zahlen müssen. Das ist grundsätzlich falsch, meine Damen und Herren. Deshalb bitte aufpassen, alleine schon durch die Steuer, durch die Rentenerhöhung zum 01.07.2024 werden über 100.000 Menschen, ob Sie wollen oder nicht, nach den Schätzungen des Bundesfinanzministeriums steuerpflichtig. Ich kann nur raten, prüfen Sie das und machen Sie bitte eine entsprechende Steuererklärung. So können Sie jeden Ärger mit dem Finanzamt aus dem Weg gehen und vor allen Dingen, Sie können hier als Rentnerinnen und Rentner auch bestimmte Positionen von dem Renteneinkommen dann auch noch in der Steuererklärung abziehen und damit sozusagen Ihr steuerpflichtiges Einkommen nach unten drücken. Aber das sollten Sie bitte mit Ihrem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater oder wem auch immer, der Ihnen dabei hilft, dann genau abklären. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.